Endlich ein Erfolg für die fünf amerikanischen Astronauten an Bord der Weltraumfähre Challenger. Um 16.13 Uhr zündeten die Trägerraketen des indonesischen Nachrichtensatelliten Palapa. Der Satellitenstart war mit besonderer Spannung erwartet worden, denn bislang hatten die Astronauten eine Pechsträhne. Am Freitag war ein ähnlicher Satellit, Stückpreis 200 Millionen Mark, glatt abhandengekommen. Zunächst hieß es bei der NASA, der Himmelskörper sei möglicherweise explodiert. Heute wurde er auf einem Irrweg in einer unvorhergesehenen Erdumlaufbahn wiederentdeckt. Am Samstag setzte Challenger diesen Luftballon aus, mit dem neue Radaranlagen getestet werden sollten. Doch der Ballon platzte und sie konnten nur noch die Überreste im Weltall orten.